make that shit go boom-tum-tum, yo hips go boom-tum-tum, don't fight that shit go boom-tum-tum ja, war ja einfach Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert eklig oben war es nee, Mitte eure Drohne hat eine Bombe gefunden ah ja ah, der Raum, Alter, den haben wir aber auch lange nicht mehr gezuckt ah, der ist ja ja feier ich, feier ich, ehrlich, Atem okay, ich hab Bock, ich hab Bock, Alter woher? das ist von hier, oder? ah, weißt du, ah, guck, pass auf, pass auf, der ist, unser teammate ist in der Frostfalle äh, ich hab's da kommt hier wahrscheinlich Frost ja, beschützt mich, weil ich will ihm helfen ja, warte, 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 der ist hier irgendwo ja, siehst du okay, nice okay, ich bin drin ich fahre aber trotzdem neben mir da ja kämmen ist unten kaputt ah, hier ist jemand oben an den Stairs in diesem kleinen Raum ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst rechts direkt dieser kleine Raum, weißt du noch? ist er da immer noch? bist du drin, noch in der Kamera? warte, ich kann gucken geh mal rein, komm in die Kamera ne, der ist tot, der ist tot okay ziel entdeckt erster Stock ey, wenn du dich hinlegst durch den kleinen, äh durch diese Kamera Einfahrt kannst du schießen da liegt einer direkt welche, wo hinlege in dem Gang der Entschärfer ist nicht länger in Datenbesitzung das ist nicht wird geladen Entschärfer wurde erneut gesichert Lass den Reclaimer du hast den Entschärfer eingeladen ab ein weiß wir müssen, äh den Entschärfer holen kannst du ich habe keine Cam mehr der kannst du gucken im Raum wo die Gegner sind ob die beide im Raum sind die letzten an den die letzten Beinen ja guck mal schnell aber der da aber schallert wir haben nicht mehr viel Zeit wir müssen nur wissen also der okay, der ist tot, äh ja, der letzte ist im Raum ich weiß aber nicht wo ich weiß wo oh ich habe ihn nicht getrunken versuch, äh zu planten versuch, äh zu planten es bleiben noch 15 Entschärfer wurde zurückgeholt es bleiben noch 10 Sekunden hab ihn nice let's go gut gut erst mal wieder an den Rückstoß gewöhnen so ja, mir egal eigentlich wo wir hingehen, ne wenn die da abstimmen naja, ich enthalge mich ich weiß nicht mir ist auch mir ist egal wo wir jetzt gewinnen ich denke ich ich denke ich bleib im Raum ja, Digga keine Polo-Platzierung an der Stelle keine Polo-Platzierung an der Stelle die Bomben schützen okay okay, Antini Achtung die Gegner haben eine Bombe gefunden Stößender aktiviert Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Oh, hau doch mal ab. Der nervt mich hier schon. Mach zu. Bei mir ist schon was. Du hast hier eine Falle vor dem Fenster hingelegt, richtig? Ja. Gut, hier sind zwei Stück. Ich bin da oben. Oben ist Fius, der hat einen Schacht aufgemacht. Warum laufe ich nicht weg? Ich habe einen verletzt in der Matte. Wo, wo? Ich weiß nicht. Wo hast du überall hingesetzt? Bei mir kann es ja nicht sein. Da bist du. Links neben dir vielleicht ist noch eine. Hier? Am Fenster? Ja, ja, ja. Ist da? Ja, 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 ja. Sehr schön, sehr schön. Ah, der Litz ist da, ne? Ja. Let's go. Good call. Läuft. Ich habe das aber gar nicht gehört, dass er da in der Falle gelaufen ist. Ich habe nur gesehen, weil es bei mir stammt. Sehr schön. 4-0-0-0. Nice. Ich denke, dass sie wieder da hingehen werden, ne? Ich denke auch. Ich nehme mir auf jeden Fall... Ich nehme wieder Twitch. Ich hau von oben Fuse rein, wenn ich da lebend reinkomme. Oh, die Ash ist ja anlasshässlich, was ich gerade gesehen hatte. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ich habe ein Match, Alter. So. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Wieder da, oder? Ne, sie sind ganz unten, glaube ich. Oh, fuck, Alter. Ja. Ja. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Okay. Ich sage mal, ist hier oben die Cam auch kaputt. Ah ja, hier sind die. Okay. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Naja, ich weiß Bescheid. 5 Sekunden bis Einsatz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Okay, die müssen, glaube ich, alle unten sein. Ich lade nach! Feuer! Kommst du mit mir wieder? Du kannst da... Du kannst hier... Mach da Fuse rein. Guck mal. Wo? Wo ich markiert habe. Ja, habe ich schon. Hast du schon? Ja, habe ich schon. Warte, lass mich eben mit der Cam reinfahren, Bruder. Ja, da ist einer, da ist einer. Ash, Ash, pass auf. Der schießt. Der pre-aimt. Ich gehe nochmal in der Cam. Ja, er steht da noch. Er steht da noch. Er steht da noch. Er steht da noch nicht. Boah, fuck. Ich habe nur noch 40. Dann mal los. Zurückbleiben. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Du hast den Entschärferfall. Er ist hier nicht mehr. Nur noch wir beide... Ey, Sisi! Auf! Er macht Polarkreis an, Alter. Dann kommt wieder einer. Was machen wir, Bruder? Wir sind alleine. Ja. Kamera war da. Hast du Springladung? Kannst du da offen machen? Jawohl, wenn ihr mich hier abwischt, ne? Bereit zum Durchbrechen. Pass auf. Was? Ich gucke oben, dass keiner von oben kommt. Ich gucke oben, dass keiner von oben kommt. Bereit. Da ist einer. Ja. Kavera. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Du kannst da nichts machen, Alter. Du kannst da nichts machen. Wenn unsere Team wieder sterben, wie die Fliegen, Alter. Das ist schwierig. Schwierig. Und eben zum Frost wieder? Ja. Das ist immer ein Jäger. Die Bomben sichern. 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 Die Bomben sind angebracht. Ja, einer schießt mir 72 Leben weg, Alter. Eigener? Ja. Ja, die kannst du, glaube ich, wegnehmen. Hier kommt nie jemand durch, Bruder. Mach woanders hin. Glaub mir. Diese. Da kommt nie jemand durch. Nein. Ich lass jetzt. Ich wüsste nichts anderes. Ich ändere später. Also ich mach nächstes Mal nicht hin. Boah, Jungs, Alter. Wir beide. Schon wieder. Ich wurde entdeckt. Weil, jawohl. Du hast irgendjemand in den Namen. Ja, ich hole mal. Hier nicht? Ich weiß nicht wo. Du und den Vernetzer. Keine Ahnung, hä? Hä? Ey, da, da! Ah! Was? Ich bin... Junge, was ne Scheiß Operator ist das, Alter? Eine Bomben wurde von... Ich bin... Da war's. Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... die Gegnerin bei uns... ... die Verteidigen sich. Ich bin... ... noch ein Gegner übrig. so ein müll operator diese fährt wo man so weg fliegt ich weiß was ich habe ich habe einen gegner vor mir und fliegt weg alter wieder scheiß runde alter ne gute runde ach 1 2 3 habe ich damit damit kann ich in der kochsendung auftreten ja gar nicht so verkehrt oder grill den henssler alter das heißt halt grill den syno tricks 7 0 0 let's go läuft's müssen mittlere wieder sein ja 3 ja 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 das genau so schön wie gerade mir auf den zaubern mir auf den zaubern war glaube ich wichtig fahr mal mit einer drohne reingucken ich mache schon kollegen sieht free aus hier hier steht jemand direkt an der treppe hier oben hier oben direkt an der treppe ich habe ihn getroffen aber er ist weg hier oben ist steppes kannst du bei dir irgendwo mute gerät weg machen jetzt kann ich auch wieder mit hier in dem kleinen raum ist einer ah nee doch nicht ah pass auf in dieser bücherei wenn du die treppen hoch gehst da sind viele fast kein leben mehr man ich habe so ein pech heute alter nein der stand doch gerade nicht oder ich hab's wollen ich hab's nicht gesehen hat er gut gemacht schade komm hol den win wer ist unten der schießt nach oben 10 sekunden eigener druck neutralisiert ich hab acht kills ey ja bei mir läuft heute nichts komm kommen bis zum jetzt mit sp merit nimm ja jetzt froh dub nimm irgendwie hier j Die Bomben weiter schützen. Kamera in Position. Ja, ich bin in Gefahr. Schöpchen. dumm es bleibt noch zehn sekunden standort der bombe in gefahr entsprechend planen der gegner hat eine bombe hier über die hier ist einer pass auf nicht er schämt hinter dir ist auch noch blackpeat sehr schön blackpeat ist auch da aufpassen nicht ich hab ihn gut was gezogen also erst ich kann ich scan ihn nicht er macht gerade neue schild drauf er ist hinter der bushaltestelle er kommt jetzt er kommt jetzt let's go sonst sieht hier für aus erst mal ja wir sind für aus ja hier vorne bei mir wieder ich mag hier erst ich mag hier nein 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 okay das glatt das glatt okay ich mag hier durchgängig ich komme ja ich komme ich komme ich komme der sicht nein er hat mich was ich werde wiederbelebt hat er schlecht der schlechte ist draußen hinterm auto hinter dem weiter jawohl jawohl mit sko siehst du geht auch die runde war doch wieder gut parkour lots gegeben und dann ließ das gg win ich hab die kids gemacht die runde ja nice call out mvp kentin und dann ließ das gg Vielen Dank.